Die Euler beinhaltet die Geschäftsbedingungen Minecrafts. Bevor du einen Server starten kannst, musst du diese dementsprechend akzeptieren. Dafür starte im Multicraft Web Interface einen Server. Es wird nun eine Euler-Datei generiert und mit einem Klick auf den Button Akzeptieren auf der Seite deines Servers im Web Interface akzeptierst du die Euler. Nun kannst du den Server erneut starten und die Euler muss nicht wieder akzeptiert werden. Sollte einmal das Akzeptieren nicht funktionieren, wechsle in die Serverkonsole und überprüfe, ob dir weiterhin empfohlen wird, die Euler zu akzeptieren. Bei Fragen oder Problemen hilft dir der mchost24.de Support weiter.